Bei Kindern aus dem Dorf Heku wurden stark erhöhte Bleiwerte im Blut festgestellt. Die Behörden der Stadt Dafang, Provinz Jiangsu, bestätigten mindestens 51 Fälle. Alle betroffenen Kinder sind unter 16 und leben im Industriefittel der Stadt Dafang. Die Behörden von Dafang wollen den Opfern 600 Yen Schmerzensgeld zahlen. Circa 60 Euro. Doch das sei nicht genug, meinen die Eltern der betroffenen Kinder. Nun mit den 600 Yen, ich habe mein Kind zu zahlreichen Untersuchungen gebracht. Jede davon kostet mehr als 200 Yen. Zudem ist dies eine Langzeitbehandlung. Es ist nicht wie eine Erkältung oder Fieber, was mit ein paar hundert Yen oder einer Infusion behandelt werden kann. Ein lokales Batterieunternehmen sei für die Bleivergiftung verantwortlich. So die Behörden der Stadt Dafang. 2007 hatte die Shangxiang Power Source Corporation Limited begonnen, bleisäurehaltige Batterien zu produzieren. Und das gerade mal rund 60 Meter vom Lebensraum der Dorfbewohner entfernt. Das Unternehmen sagte zu lokalen Medien, sie hätten die Beamten gewarnt, ihre Fabrik nicht zu nah an Wohngebiete zu bauen. Wiederholt hätten die lokalen Beamten dem Unternehmen geantwortet, damit haben sie nichts zu tun, wir erledigen das schon. Laut der staatlich geführten Nachrichtenagentur Xinhua wurde die Produktion der Batteriefabrik eingestellt und diese aufgefordert wegzuziehen. Seit letztem Jahr wurde wiederholt über Bleivergiftungen durch industrielle Umweltverschmutzung in China berichtet. Nachrichtenagentur Xinhua wurde die Produktion in China berichtet.